Hallo zusammen, ich bin Fabian. Ich bin auch Fabian. Wir machen zusammen die Lehre als Zimmermann beim Kuratli in Hüttlingen. Heute zeigen wir euch unseren Berufsalltag. Kommt doch mit! Ich habe mich für den Beruf als Zimmer entschieden, weil wir einen sehr vielfältigen Arbeitsalltag haben und es sehr schön ist, mit dem Werkstoff Holz zu arbeiten. Für eine Lehre bei der Firma Kuratli habe ich mich entschieden, weil wir hier ein sehr gutes Arbeitsklima haben und von den älteren Arbeitskollegen immer etwas lernen können. Nach einer abgeschlossenen Lehre als Zimmermann haben wir ausserdem sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Wenn du in Handwerk einen Beruf lernen willst und du gerne im Team arbeitest, ist ein Lehrer als Zimmermann perfekt für dich. So, das wäre ein kleiner Einblick in unseren Alltag als Zimmermann gewesen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, dann meldet euch bei uns beim Kuratli.